Schließt euch an! 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 Du musst nicht mit der blöden Masse laufen und dich dann am Abend vor dem Fernseher besaufen lebe auf deinen Hinterbeinen statt auf deinen Pferden. Du musst nichts und das weißt du selber ganz genau denn irgendwann sind die Jahre grau und wie du lebst, interessiert dann keine Sau denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss, so. Und wenn mich irgendwann das Heimisch packen sollte mein Zuhause hab ich immer neben mir und wenn uns die Luft so dick dann verstehen wir ich bin tausendmal lieber in Charlottenburg als im grünen versifften Friedrichs Rhein doch viel schöner ist es noch mit dir ich kann nicht so sein und dann traut sich ohne ihre Maske nicht mehr ausm Haus Und kommt hier draußen einer mal zu nahe dann rastet sie gleich aus immer wieder ließ ihre Dates mit Männern platzen und anstatt nach Familie heute über 20 Katzen denn mit Tieren statt mit Viren ist man sicherer sie hat den Bogen raus wir stinken, wir verzichten und wir hungern, uns ist kalt doch wir sind darin die Besten und es gibt uns so viel Halt wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod denn wir knabbern am Leben so wie am Gnadenbrot die Prognose auch mal in die Hose scheißegal, es lebe die Profilneurose denn was macht im Nürtum schon ist man Gesundheitsökonom das Mundberglose schmeißt er sich in Pose und erklebt uns die Corona-Schose und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen Karl, es ist nicht gerade ideal ich weiß schon morgens ganz genau ich seh dich heute wieder öfter als meine Frau Karl, ich denke mir so manches Mal wärst du nicht so oft am Flennen würden die Weiber dir die Bude einrennen am allerliebsten lebe ich als Bürger still und unerkannt schau ich auf Deutschland peinlich Vaterland wo uns die Unfägen weiterhin regieren und alle Wände ersemächtig profitieren und die Leute auf die Straße gehen denn was können sie noch verlieren um uns herum scheint die Lage sich allmählich wieder zu normalisieren doch hier im Lande will man lieber die Leute noch ein bisschen drangsalieren denn die Lügen sind doch längst schon viel zu groß und deshalb lassen wir sie lieber nicht mehr los und geben der Wahrheit am Ende noch den Todesstoß und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein ein ins Bergwerk ein Vielen, vielen Dank, Hemdnitz! Ihr wart großartig! Mach weiter so! Vielen Dank, Mann, es war an die Live-Musik heute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Vielen Dank, am Ende! Vielen Dank!